okay auf film fertig hallo heute zeigen wir euch wie man aus wasser mit wasser und luft eine rakete ihr braucht einen korken ein filter ventil von euren fahrrad aber fragt eure eltern ob ihr den reifen zerschneiden dürft schere und eine drucksichere flasche und wasser erst mal macht ihr ein loch macht den korken etwas kleiner macht ein loch rein dass das ventil da rein kommt dann steckt ins ventil auf die pumpe und füllt das wasser aus also füllt das wasser vielleicht auch aus dem wasserhahn in die flasche achtung sie darf nie voll sein vielleicht ein viertel oder ein drittel muss voll sein und ihr sollt immer freien feld sein und nicht menschen schießen okay dann baut ihr euch zwei wie wir hier aus einem spielzeug eine rampe da könnt ihr auch steine so anlegen dass dass man die höhe selbst messen kann dann stellt ihr die flasche auf die abschuss rampe und dann kommt ihr drauf los bis es abklappt seht ihr können wir jetzt den pengen sehen Vielen Dank.